herzlichen willkommen zurück zu fahrrad blablabla kennt ihr früher die moped simson hier so blablabla 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 die klang auch so ähnlich ja fahrrad primal wollte ich ursprünglich sagen ähm ist immer schön immer ich spiele gerne diese anfangssequenz immer ähm spiele ich immer am anfang ganz gerne nochmal ein weil ganz einfach aus dem grund moment ich muss mal kurz was schauen weil ganz einfach aus dem grund ähm weil das immer nochmal so leicht in erinnerung zurückruft ich habe keine ahnung wo wir gerade sind wir waren ja das letzte mal in dieser ollen höhle gewesen dort da müssen wir aber nicht nochmal hin wir machen jetzt folgendes und zwar meine lieben freunde wir werden jetzt das hier machen hier und dann was errettung töte eindringen und rette die gefangenen wenn ja belohnung xp bewohner okay das ist ja direkt gegenüber hier so warte pass auf so hier müssen wir uns erstmal können wir uns unsere belohnung abholen aber wir haben ja alles schon am start hier so wir haben zwölf zwei eine keule ok wenn wir ganz kurz schauen hier das war doch jetzt hier direkt um die ecke ok ok easy ok 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 den snacken wir uns von hinten einfach den snacken wir uns einfach von hinten gucken wir mal so einen coolen tag da unten hinkriegen habe ich auch noch nie gemacht so eine keule hier coole scheiße sehr gut sehr gut so mein freund noch jemand noch jemand alles cool oder passt so gut haben wir den onkel erstmal befreit nicht rumschlängern einer dorf bewohner bevölkerung 14 sehr gut so jetzt ist noch mal schauen wir müssen im endeffekt irgendwie darüber kommen wie kann man denn jetzt wieder darüber hier vorne so offen ok 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 genau hier müssen wir eigentlich rumkommen so werden wir das ende dürften dann noch befreien jetzt moment hey wake up wo muss ich nicht aufwachen ich glaube ich gerade angestuft geht aber gerade nicht nehm auf rotes blatt hallo wenn ihr wollen eine heiligen noten geistert zu ehren eskultiere sie zu ihrem ziel verteidige sie befreien mach mal oh lol jetzt oh hier ditten da hängt eine ditte raus ok äh die gruppe venyas äh spricht mit ihnen scheiße muss ich das hier auch noch raus machen hier raus pixel nehmen haben wir nicht oder ja keiner hat ja was gesehen ich habe keinen ditten gesehen kai ich habe nichts gesehen alles cool ich habe nichts gesehen jeder auch nicht oder so hier guck mal die sollen wir beschützen so na gut machen wir das lassen wir hier ein bisschen licht machen malalala so was denn jetzt komm jo fuzzis auf gehts wo geh mal hin hier rüber ok kein problem das ist so eine gute idee ist was ihr hier macht ja da habt ihr den schutz gesehen bäm alle drei weg im natz das ist war da gerade ein wildschwein lol hab ich den wildschwein doch mit random mäßig getötet ne oder lag aber noch ein wildschwein so warte mal die gehen schon weiter lol ey braucht doch nicht warten was einer ist tot lol ernsthaft einer ist tot und ist er denn gestorben lol da macht die bär gleich mal mit oh ich glaube den bär müssen wir auch töten den bär müssen wir auch töten das wird sonst nichts ah ja lol da lebt ja noch was mit ihm denn da lebt immer noch was geht ab ey bär jetzt was gott wie kann man nur so ein hartnäckiger bär sein ey krass boah noch welcher und noch einer noch einer noch einer wo da das war knapp denn fast abgedrückt leute kommen das weitergehen nicht viel zeit verschwenden hier das ist echt hart ne feile habe ich noch moment nach dem stück wie sieht es aus gehen wir weiter oder gehen wir nicht weiter gehen wir weiter wer war denn jetzt angst weil es brennt ne oder vielleicht nicht den ganzen wald ja anzünden soll ich würde gerne weiter gehen hallo hallo ist hier noch einer ne oder das ist cool hier ihr könnt kommen ohne scheiß alles cool jetzt gehen die nicht weiter doch jetzt ja jetzt gehen die weiter oder 3 2 2 3 3 3 4 6 5 4 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 12 12 13 15 12 13 12 23 15 20 15 18 14 15 20 genau hier wölfe alle kaputt machen sehr gut hier noch voll eine an der waffe hier so warte mal ganz kurz schauen weil haben wir noch ein paar sperr habe ich kein mehr so ist ja gut okay cool wo wollten wir eigentlich nur noch du scheiße wir müssen jetzt echt mal hier rüber gehen wir so weit ab von unserem kurs ja was geht mir den wölfen mir wir bleiben jetzt noch mal nehmen wir gleich mit hier fett ich frage mich nur wo mein sperr mal hin ist wenn einer sperr ist schon wieder weg oh gott grauenhaft grauenhaft keine macke mein gott das kann doch nicht wahr sein seid ihr zu töten meine fresse schon wieder doch ein sperr habe ich doch sind gleich alle tot hier ohne mist so warte mal wir gehen jetzt erstmal weiter was ist denn das schon wieder dort ne kann ich jetzt nicht machen ohne scheiß echt anstrengend echt anstrengend hier im urwald gar nicht so einfach also ich habe ja gedacht früher die haben eher so ein bisschen chilliges leben gehabt und haben so warte mal wir haben fähigkeiten haben wir dazu bekommen genau aber wir haben auch im endeffekt nur noch das hier mehr haben wir nicht so was wir aber noch schauen wollten sind ach noi wir haben sogar noch zwei fähigkeitspunkte was ist denn hier los dorf handwerk warte mal was kann man kann man auch irgendwas herstellen jackfell federn da wollte ich mal schauen jackfell was wo sie sind jacks papier ne ich glaube das gibt es ja noch nicht höhen löwe jetzt hier und wir wollen dahin so auf geht's kommt wieder so viel auf dieser karte hier muss ich das da machen das geht mir voll auf den sack gerade das ist halt auch direkt nebenan ich hasse das winter wenn auf der map hier irgendetwas angezeigt wird vorne läuft das wenn auf der map irgendetwas angezeigt wird mann 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 das geht mir auf den kranz hier kommen ja jetzt hör auf den rumzuschuppen mann kann das war sein sorgen du warst ein abflug jetzt so ok jetzt aber jetzt aber jetzt können wir englisch und raubmission mal nachgehen ein neuer dorfbewohner ja super neuen dorfbewohner ich bin so glücklich ist aber auch schlimm oder denn das grauenhaft wir müssen ja echt mal wieder so neuen spezialisten hier befreien weil die bringen uns ja auch neue sachen das sind wichtige bewohner warte das ist jetzt hier hier heißt der fähigkeiten dorf der nächste warte fähigkeiten ist ja hier der glaube ich näher zu dem gehen wir jetzt hier zu dem onkel und hier bei der weiß ich auch noch nicht so richtig da muss man ja richtig schielers ne seilers hütte abichte seilers hütte ok muss man schauen wie modern hütte belohnung für abgadens mission für seiler die sammler und sammler fähigkeiten ja 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 ist noch gesperrt ja so mal gucken müssen wir mal kennen oder gucken wir uns über die tasche was wir alles am stadt haben alter so geil so ist aber erstmal hier weiter laufen müssen irgendwie auch da hochkommen wir müssen hier außenrum krass 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 schütze die wenn ja gehen wir voll auf den sack also die gehen wir echt voll auf den nusskasten lol festgepackt oder so geschütze die hier was denn da oben die pahma die pahma die pahma Noch mehr? Oh, da kommt noch welche hinter uns. Da oben. Wieder hier einen. Okay, die haben wir auch. Die sind voll... Mir sind die voll unheimlich, diese ollen Urmenschen hier. Oh, hier drüben, die drüben. Okay, Hammer. Sind noch alle vier da, alle vier noch am Start. Oh Gott, da drüben kommen zwei. Du hättest die Fresse, aber sowas von... Wo, 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 wo? Ich liebe diesen Pfeil. Ich liebe diese Pfeile. So geil. Okay, cool. Easy, easy life, ey. War das jetzt gerade hier. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir jetzt bekommen haben. Ja, yeah, wuuu. Keine Ahnung, warum die gerade feiern. So, okay, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal schauen. Ihr macht hier schön Party weiter und ich muss mal hier meinen Job erfüllen, ne? Weil ich habe echt zu tun, Leute. Tut mir leid. Ich würde echt noch gerne ein bisschen mit euch feiern und rumtoben. So, aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja hier hoch. Das ist ja das Problem an der Sache. Ein bisschen schiefer muss sein. So, guck mal, wir müssen hier hoch. Irgendwie müssen wir hier hochkommen. So, pass auf. Hier geht's hoch. Sieht man auf der Mini-Karte links, sieht man das ganz gut, wo man genau lang gehen kann. Das ist eigentlich ganz easy. So, warte mal. Wir müssen aber noch weiter hoch. Hier ist angeblich ein Weg, warum man da vor sein, sein mag. Okay. Scheiße. Warte mal, wo? Sie haben die dümmsten hoch. Oh lol. Da hat ich eigentlich gar kein Bock. Nein, 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 nein. So, jetzt müssen wir doch noch mal auf der Karte fratzen. Scheiße. Okay. Nützt nichts. Außenrum, wie immer. Oh Mann. Klett doch, da kann man klettern. Das war nämlich meine nächste Frage. Kann man hier irgendwo klettern? Tatsache. Wuhu. Hätten wir fast übersehen. Ihr habt es bestimmt schon längst gesehen. Ja, aber ich wieder nicht. Ich weiß schon. So, dann kommen wir nämlich hier hoch zum Affenmännchen. Brauchen wir auch. Steinfinger oder entdeckt. Das ist ein Bär. Ist der easy? Ist der lieb? Oh ne, du gehst ein bisschen baden. Der Bär geht ein bisschen baden. Okay. Wie komme ich jetzt? Lol. Hallo. Wie komme ich denn jetzt da hin? Die sind böse. Oh ne, du gehst mir frei. Ist der ganz cool. Wuhu. Hart. Leben am Limit. Oh man. Heute ist echt schlimm. Grauenhaft. So, Leute. Pass auf. Jetzt gehen wir mal schön gechillt hier hoch. Dann gucken wir mal jetzt endlich. Und dann können wir jetzt mal hier die Mission machen. Wo ist denn der? Ich sage jetzt nicht, ich glaube, es ist doch man ist in irgendeiner Höhle. Ey, Moment. Wo ist denn der? Das ist tatsächlich irgendwo da unten. Ist doch nicht normal. Da werden die jetzt alle getötet, ja. Aha. Ja. Das sieht gut aus. Rinn in die Höhle. Das haben wir schon mal weggesteckt. Okay. Oh. Verrückter Affenmensch. Verrückter Affenmensch. Alles klar, Mann. Alles klar. Bleib easy. Ich habe gar nichts gemacht. Keine Höhle. Wir sagen hier. Höhle, Mann. Und wir gehen hier. Einuwarn. Warn. Warn. Oh Gott! Es ist nicht so, Herr Wadawaita. Und hier ist es... Du bist in deinem Leben. Nein! Nein! Ich hab dich! Ich hab dich! Hassan! Ich hab dich! Ach, er ist da. Oh, das hat mich leichtes. Okay, crazy shit. Vision der Bestien. Okay. Ich finde den Wegweiser. Das ist das für ein creepy shit schon wieder hier. Da ist er. Die Eule. Hallo. Oh oh. What? Oh Gott. Oh Gott. Ich kann... Oh Gott. Oh Gott. Ich fliege... Ich versuche zu fliegen. Alter, Vater. Ja, ich komme. Quatsch. Okay, Unterwasser. Unterwasser auch cool. Alter, wie episch die das schon wieder gemacht haben hier. Das ist so richtig Far Cry Style. Muss man wirklich sagen, ey. Das ist wirklich so richtiger Far Cry Style. Und... Wow, 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 wow. Oh Gott. hier ist ja eigentlich so brav sitzen krass, Alter, wie episch das aussieht das ist schon sehr, sehr nice oh leu, wir fliegen wieder ok, 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 oh, nicht da durch, oder? oh go, oh go, oh go, oh go, oh go., oh lord, oh go, oh, oh go, oh, oh 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 immer rein ins Wasser alter Schurp. Ihr wollte Actually was hat das zu bedeuten, schon wieder hier das alles Ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe da gar nichts gemacht. Okay, alles cool bei euch. Hallo. Zähmen. Zähmen! Zähmen! Vision der Bestien abgeschlossen. Vullabo? Sehr gut! Ich glaube, wir haben unser erstes Tierchen gezähmt, unsere Euler. Wuhu! Ah, der Verrückte wieder. Du meinst noch ein bisschen hier in der Höhle oder willst du vielleicht dann nochmal mitkommen? Wie baue ich denn jetzt ein Euler in ihr Haus? Ich habe keine Ahnung. Kannst dich auch mit Heuländer Bestie verbinden, okay? Finde den Weißwolf, den Rudelleitwolf. Nur du kannst deinen wilden Geist besänftigen. Okay. Beste meister Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Okay, okay, okay. So gern kann man die zu öffnen, neue Missionen anzusehen. Ja, das kann man ja mal machen. Da. Okay. Tensei der Schamane. Finde den Wolfsbaum und Sim den Weißwolf, damit er an deiner Seite kämpft. Okay. Keine Ahnung. Diese komischen Höhle. Oh, seltener Notzähler. Seltener Notzähler. Okay, okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich aus dieser ollen Höhle hier wieder rauskomme. Da ist der Ausgang, oder? Ja. Ja, 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 ja. Ich hoffe, es ist wieder Tag mittlerweile. Okay, cool. Cool, cool, cool. Wir sind auch wieder da. Lass mal mal am Leben. Scheiß drauf. Tun uns eh nix. Du kannst die Y drücken in Eule. Okay, okay, Moment. Langsamer. Was Jägerblick. Bestie entsenden. Wegpunkt zurückrufen. Bombe wählen. Bombe fallen lassen. Okay. Jägerblick. Na gut. Bestie entsenden. Du hast jetzt halt keine gezähmte Bestie. Okay. Aha, da könnte ich jetzt quasi eine Bombe, äh, könnte ich dir quasi eine Bombe auf den Kopf hauen. Aber dazu muss ich da erst mal, warte mal, jetzt muss ich noch mal ganz kurz was anderes schauen. Fähigkeiten. Hier. Rufe deine Eule mit Y-Kundschaft Umgebung. Das habe ich ja jetzt alles schon. Heide V. Gedrückt, um Jägerblick mit deiner Eule einzusetzen. Andere Jäger. Ja. Okay. 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 Alles klar. Jetzt kenne ich aber alles schon. Ich würde gerne mal hier noch so ein Böhmchen oder sowas bauen. Ja. Ach, hier, da brauche ich die anderen, ne? Hehehehe. Hehehehe. Kopfluss. Ne, Kopfluss. So. Pass auf, Leute. Oh oh. Ganz großes Fail. Ganz großes Fail. Ganz großes Fail. Jetzt haben wir einen Zonken. Shit. An den Bär habe ich nicht gedacht. Scheiße. Mist. Wo sind wir denn jetzt? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn? Ach lol. Unbekannte. Hä? Okay. Wir müssen einfach hier hin. Den zähmen. Okay. Aber das machen wir beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, hier, wenn wir hier in den Zähmen gehen, können wir hier hin. Dann werden wir uns erstmal kurz easy-peasy-lemon-squeezy aufhalten. Genau. Wir haben nämlich so ein Feuer entzündet. Deswegen können wir hier erstmal chillen. So sieht's aus. Ich würde sagen, hier machen wir als Verschluss. Muss den Part leider ein bisschen kurzer halten, meine lieben Freunde. Wir müssen mal auf die Ruhe schauen. Ja, 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 ja. Na gut. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Euer Manus. Ach so, ja. Und dann habe ich mal noch eine Bitte, ne? Wenn ihr Bock habt. Aber nur, wenn ihr Bock habt. Ne? Äh. Lass das Däumchen da. Haha. Wird mich echt freuen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020